Nominiert für den Innovationspreis 2018 in der Kategorie Licht und Leben ist die Gummiformteile GmbH mit dem ersten akustischen Wildwarner für den Tag- und Nachteinsatz. Wir haben also rund 230.000 Wildunfälle pro Jahr in Deutschland alleine und diese 230.000 Wildunfälle verursachen einen Schaden bei dem Versicherer von rund 600 Millionen Euro. Somit haben wir uns gedacht, wir müssen was entwickeln, um den Menschen, aber halt auch das Tier einfach zu schützen, besser zu schützen. Und dadurch sind wir auf die Idee gekommen, den Wildwarner zu entwickeln, besser zu machen, sodass er nicht nur in der Nacht funktioniert, so wie unser Vorgänger, sondern halt auch tagsüber. Wir haben hier elektronische Bauteile eingebaut, die herannahende Autos identifizieren über Abrollgeräusche und der Wildwarner meldet, dass von einem Wildwarner zum nächsten, dass eine Abschirmung entsteht für den Streckenabschnitt, wo das Auto fährt. Er hat außerdem noch ein optisches Signal. Das sind zwei LEDs, die dann neben dem akustischen Signal auch noch aufblinken und somit das Wild auch noch schäumen. Wir haben eine Teststrecke an Bord schon seit anderthalb Jahren in Österreich, wo im Jahr rund 50 Rehe verunweht sind auf einem Streckenabschnitt. Und wir haben dieses minimiert auf zwei Stück Rehe wird jetzt pro Jahr.